Ich freue mich, dass heuer die französische Botschaft schon zum siebten Mal beim Tag des Denkwass in Österreich dabei ist. Und es ist ja eines unserer Highlights und deshalb ist es auch so gut besucht. Das Gebäude ist so schön von außen. Man sagt, es ist das schönste Gebäude in Wien. Ich bin der Botschafter. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020